Bevor ich zu A&M gekommen bin, haben wir nur Offline-Kunden gemacht. Online war das sehr, sehr wenig und das konnten wir verzehnfachen innerhalb von kürzester Zeit. Die Kunden sind zufrieden und bleiben auch langfristig. Also ich bin der Patrick, Patrick Kowalski, und mit der Firma iAEnergieprofi.de helfen wir Menschen im Energiebereich Kosten zu sparen, also Strom und Gas. Aber als so ein Full-Service, weil viele Menschen wissen zwar, dass man wechseln kann, aber die sind zu bequem, haben da keine Lust, keine Zeit oder haben Angst. Es gibt ja auch viele Angebote, wo man vorsichtig sein sollte. Dann gibt es nämlich böse Überraschungen und das machen wir einfach als Profimakler für den Kunde, sodass er sich entspannt zurücklehnen kann. Und wir schauen jedes Jahr, dass es wirklich so günstig, aber auch so sicher wie möglich ist. Unsere größte Herausforderung oder das Problem, ich würde sagen, das war so ein bisschen ein Luxusproblem, weil wir haben zwar extrem viele Kundenanfragen bekommen, aber das war alles noch offline, also durch Empfehlungen. Das ist zwar super und das funktioniert weiterhin, aber da ja heutzutage alles online geht, wollten wir einfach auch online und digital neue Kunden generieren, Anfragen generieren. Aber das Problem war, wir kannten uns halt null damit aus. Die Beratung war immer angenehm. Ich habe so viele Fragen gehabt und die Leute waren so geduldig mit mir, von daher alles gut. Kann ich wirklich nur empfehlen, hat super funktioniert. Ich wusste zwar, dass man online anfangen generieren kann, das war nichts Neues, aber ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist, habe ich gedacht. Und da hat mir der Alex direkt gezeigt, hey, das funktioniert, wir haben einen Test gemacht und es war sogar besser als gedacht. Die größten Vorteile sind, dass man wirklich ohne Aufwand automatisiert so viele Kundenanfragen bekommt und ja, dass man die eigentlich nur noch abarbeiten muss. Und was noch dazu kommt, ich habe wirklich das Gefühl, dass die A&M ehrliches Interesse daran hat, dass ich erfolgreich bin und deswegen schauen die sich auch mehr an, als sie eigentlich müssten. Helfen hier, helfen da, geben mir Tipps auch drumherum, dass ich einfach vieles optimiere. Am meisten hat mich überrascht, wie schnell die Kundenanfragen kommen und wie viele. Ich war ehrlich gesagt darauf nicht vorbereitet, aber das war eine sehr positive Überraschung. Bevor ich zu A&M gekommen bin, haben wir nur Offline-Kunden gemacht. Online war das sehr, sehr wenig und das konnten wir verzehnfachen innerhalb von kürzester Zeit. Die Kunden sind zufrieden und bleiben auch langfristig. All meinen Freunden würde ich sagen, probiert einfach aus. on.